Weil ich meine Mitschülerinnen für liebe in der Klasse sehe, alles auf sozialen Netzwerken. Präsentunterricht doch um einiges cooler ist wie das Homeschooling und ich meine Freundinnen dann wieder sehe. Weil das Miteinander-Lerner in der Klasse mit den Leuten viel lustiger ist und viel mehr Spaß macht als allein am Computer. Ich darf meine Freundinnen und Freunde wieder sehe und die weniger Zähne am Computer verbringen muss.